Der wunderbare Blick auf den Wallensee geniesst heute einen, der an den Olympischen Winterspiel in Südkorea mitmacht, nur noch heute. Er sieht nämlich den Blick vollkommen gut auf Südkorea, auf Pyeongchang, für Jérôme Liman, er ist Bordenkrosser. Jérôme, heute zu Hause, nervös schon auf Südkorea? Angespannt, ja. Nervös noch nicht, weil es sind doch dann noch ein paar Tage, wo wir dazwischen liegen zwischen heute und einem Event, wo wir auch noch das Olympische Feeling spüren würden. Ich glaube, die Nervosität kommt dann schon, aber im Moment ist sie noch nicht so wirklich da. Es geht extrem weit weg, eben auf Pyeongchang, Südkorea. Du warst aber schon mal da. Wird die Reise morgen, gehst du, glaube ich, nichts Neues? Ja, ich war schon zweimal da. Wir hatten schon einen Probe-Wettkampf vor zwei Jahren und letztes Jahr war ich noch mal dort, um die Belegetestung der Bretter zu testen. Nein, für mich reise ich extrem viel auch während der Saison und daher würde das sicher kein Problem sein. Bis gestern warst du noch in Deutschland im Weltcup, also der hat noch keine Pause gemacht, am 13. oder 12.? 13. Und die Olympia-Form zeigt bei dir noch aufwärts. Ja, glücklicherweise, ja, ich habe ja die ersten Weltcups, die Saison leider nicht so gut gehabt, also die erste Weltcup-Super-Elfte gehabt, aber dann ist es dann wieder ein bisschen bergab gegangen und jetzt bin ich froh, ist direkt der letzte Weltcup oder zweitletzte Weltcup vor Olympia so gut gegangen und es gibt sicher auch Selbstvertrauen für die Olympiaden und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Die Olympischen Winterspiele sind für dich extrem knapp worden, wegen Verletzungen. Ja, erzähl mal, was hast du da gehabt, was hast du gemacht? Ich habe mir vorletzte Saison eine Hirnerschütterung zugezogen, habe dann leider zu früh angefangen zu trainieren, weil einfach der Ehrgeiz da war und ich habe wieder zurück auf den Schnee gewesen, das war leider ein Fehler gewesen und dann ist das Gleichgewichtsystem ausgefallen und ich habe extrem lange mit dem gekämpft und ja, aber ich bin jetzt einfach froh, dass ich wieder zurück bin und dass ich das hinter mir lassen kann und ja, jetzt früher schauen kann. Also das heisst, wie hat man das wieder zurückgewinnen, das Gleichgewichtssystem, das ist ja für auch einen Bordercrosser, was extrem hart so und her geht ja noch schwierig, nehme ich an. Ich habe viel, viel ausprobiert, also ich bin mit dem Swiss Concussion Center in Zürich zusammengearbeitet gewesen, ich bin eigentlich jede Woche mindestens zwei, drei Mal auf Zürich gefahren und habe viel ausprobiert, eben wie Fussball habe ich zum Beispiel auch mit Mails zu schützen und einfach das Räumliche Verstehen wieder zu üben und auch einfach ganz einfach Gleichgewichtssystem oder auch im Schwimmbad ist es einfach das Gleichgewicht wieder zurück zu gewinnen und ja, ist mir zum Glück gelungen, hat lange gedauert, aber ja, ich froh ist es vorbei. Für Olympia hast du dich qualifiziert, wo diese Qualifikation gestanden ist, was ist dir auch durch den Kopf gegangen? Sicher ein grosser Druck ist von mir abgekriegt, wegkriegt. Es sind deine ersten Olympischen Winterspiele, sorry. Genau, ja. Eben, das ist halt sicher ein einzigesartiges Erlebnis und nicht jeder Mensch würde es möglich sein, um an den Olympiaden zu gehen und dass ich mir das Privileg geschafft habe, das ist sicher etwas wunderschönes und es ist sicher auch ein anderes Druck auf mich gelegen, den ich mir selber auch aufgelegt habe, weil ich einfach unbedingt an den Olympischen Spiel gehen wollte und der Druck ist sicher abgekriegt von mir. Das war sicher das Gefühl. Holt man jetzt hier noch bei erfahreneren Sportlern, also in der Snowboard-Szenen denke ich, jetzt an Tanja Frieden, die ist ja schon erste Portacross Olympiasiegerin geworden im 2006. Holt man bei Säubermau Tipps? Ja, sicher. Also sie hat sicher einen grossen Meilenstein gelegt für das Snowboard-Cross selber und man kann immer von erfahrenen Sportlern lernen. In meinem Fall ist es jetzt eher Richtung Österreich gegangen, wie z.B. Marco Scheier oder Alessandro Hemmerle, weil ich in Österreich in die Schule gegangen bin und mit denen auch viel trainiert habe und es sind extrem erfolgreiche Sportler im Border-Cross. Und die haben mir sicher auch die Kraft gegeben und auch den Willen gegeben, dass ich das einfach noch schaffe und dass ich das durchzeuge und bei mir ist eher in die Richtung gegangen. Ja. Okay. Wie gesagt, morgen fliegst du ab auf Südkorea. Die einen Olympiateilnehmer der Schweiz, die einen Schweizer von diesen 171 sind schon denen. Schon von jemandem irgendetwas gehört? Gehört nicht. Einfach Instagram-Fotos, Storys und so. Ja, aber jetzt einen grossen Kontakt habe ich jetzt nicht. Ich kenne viele, die mitkommen, auch von Sportler-RS, also vom Militär selber. Da gibt es sicher auch Leute, die man kennenlernen dort und die man jetzt auch wieder in Pyeongchang trifft. Aber so persönlich, jetzt geredet habe ich noch mit niemandem, weil ich einfach auch das eigentlich selber will, die Erfahrung machen und ja. Gestern noch in Deutschland, morgen in Südkorea, heute zu Hause in Wallenstadt. Ich würde meinen, wir gehen nämlich rein, da bist du am Packen und die Mami ist dir auch am Helfer. Ja, ja. Weisst du, es gibt ja extrem viele Kleider hier. Also jetzt habt ihr klar für die Olympischen Spiele die Brate gekriegt, aber da gibt es auch mal extrem viel zu waschen, wenn du so kurz zu Hause bist. Ich habe vorhin meine Mama das gemacht, weil wenn ich das auch noch machen müsste, dann würde die Zeit langsam wirklich knapp werden und das ist sicher auch ein grosser Punkt, wo mir dabei hilft auch eben, dass ich das sicher machen kann. Nicht nur beim Waschen, sondern auch süssebral und ja. Ich glaube, wir gehen Sie dann auch mal fragen, wie das für Sie so ist. Vielleicht zum ersten Mal hier noch die Koffer, die herumliegen. Das ist ja ein kleiner Teil, den wir hier sehen. Das ist ein kleiner Teil, ja. Es ist die Snowboard-Ausrüstung. Die Jacke, die zuoberst oben liegt, ist zum Snowboarden selber. Die haben eigentlich nur die Wintersportler, die Skifahrer und das Snowboard erhalten. Weil wir einfach nicht mit den Down-Jacken, die wir von Swiss-Olympics bekommen haben, nicht snowboarden können. Weil die halt einfach für die Öffnungsfeier und Reise und so weiter ist. Es ist einfach ein bisschen funktioneller für Snowboarden. Viele Schuhe, viele Kleider, die wir dann in den öffentlichen ALS anlegen müssen. Und ja, es ist sicher super von Swiss-Olympics, dass sie so Sachen zufrieden stellen. Wie sieht es aus, Ausgangskleider? Weil wenn du nach dem 15. Februar fertig bist, deine Wettkämpfe durch hast, nehme ich an, dann geht man schon noch ein bisschen in den Ausgang und fest. Ja, es gibt sicher eines wegen Trinken, ja. Aber jetzt nicht in den Ausgang, würde ich jetzt nicht sagen, weil am 16. Frauen noch rennen. Da gibt es sicher auch noch Unterstützung von uns. Also auch Tipps und Hilfe für Trainer und so weiter. Und am 17. fliegen wir schon wieder. Von dem her ist der Ausgang jetzt sicher noch kein grosses Thema. Eher Ende Saison, weil nachher geht es noch mal weiter. Wir waren letzte Woche schon mal bei einem Snowboarder zuhause. Der hat mich zwar bei Michi Scherer. Er hat über die weissen Schuhe dort hinten der Massen gewacht. Ich glaube, bei den Männern kommt die nicht so gut an. Ja, das ist nicht so mein Style. Sie geben es sicher warm. Es ist sicher super, wenn es minus 17 Grad hat in Korea. Das ist sicher so. Aber ja, es muss ja nicht immer alles stylisch sein. Genau. Ja, dann gehen wir zu Mami fragen und zu Nicole Leimann. Frau Leimann, Ihnen würden die Schuhe kalben gut gefallen, gell? Ja, leider sind sie in meiner Schuhe grösse. Mir würde es gefallen, aber das ist Detail. Wie sieht es aus als Mami, wenn der Sohn an die Olympischen Winterspiele kann? Wie sieht so ein Mami selber aus? Ja, es sind ein bisschen gemischtes Gefühle. Auf einer Seite sind wir wahnsinnig froh, dass sich der Scherum nach dieser langen Verletzungszeit wieder so wahnsinnig zugekämpft hat. In erster Linie bin ich als Mami unheimlich froh, dass er wieder gesund ist. Und dann natürlich riesig Stolz, dass er einer von diesen 171 Olympioniken ist. Und von dem her muss ich sagen, wir freuen uns auf die Olympischen Spiele. Ihr selber, gehen Sie auch? Ja, wir gehen auch, mein Mann und ich. Wir haben das schon ganz, ganz lange gesagt. Also, wir haben ihn eigentlich abends hochgenommen und angefangen zu anborden, wenn du mal an die Olympischen Spiele kannst. Dann sind wir dabei. Wir haben damals nicht damit gerechnet, dass es Südkorea ist. Es ist jetzt halt ein bisschen weiter. Aber ja, wir sind gespannt auf das Land, auf die andere, neue Kultur für uns. Ich bin noch gerne dort hinten gewesen und freue mich auch darauf, das ein bisschen kennenzulernen. Ist das kompliziert gewesen, so eine Reise zu buchen? Wir haben das über einen offiziellen Anbieter machen können. Und so ist es relativ gut gegangen. Was ein bisschen kompliziert worden ist, einfach dadurch, dass die Selektionen relativ spät gewesen sind. Das definitive Buchen war dann schon auf den letzten Zacken gewesen. Wir haben einfach ein bisschen Risiko genommen. Wir haben dann geglaubt, jawohl, du schaffst das. Und aufgrund von dem haben wir den Flug und früher Buchen gehabt und Billett schon im Herbst. Also das als Zeichen auch. Doch, du schaffst das. Also. Und, äh, aber zwischendurch. Da muss ich ja auch einen Haufen arbeiten, wenn der Chiron wieder nach Hause kommt. Aber als Zwischendellen wegkommt und jetzt eben gerade vor Olympia. Gibt das auch ein wahnsinnig viel zu tun für das Mami? Ja, nicht mehr als sonst. Wäsche gibt es ja immer. Und, äh, der Chiron hat ja noch drei jüngere Brüder. Und die bringen wir natürlich auch immer Wäsche nach Hause. Es konzentriert sich einfach ein bisschen aufs Wochenende. Weil er kommt dann meistens am Wochenende heim und bringt mir die Ware. Also dann habe ich dann halt öppert hier am Wochenende mehr Arbeit als unter der Woche. Aber ich kann mir ja die Freizeit dann unter der Woche rausnehmen. Mhm. Das ist brutal. Also wenn man es im Fernsehen sieht, da geht es wirklich hart zu und her. Geschwindigkeit, Tempo, Mann gegen Mann. Können Sie einmal zuhören schauen während der Reine? Jetzt schon, ja. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich, äh, ehrlich gesagt, wo ich wahnsinnig Angst hatte. Aha. Ich habe die Angst dann aber mit mir selber ausmachen. Weil, äh, ich habe die Angst natürlich nicht auf den Chiron übergeben. Heute, wenn ich ihm zuschauen und sehe, wie er mit seinem Arbeitsgerät, also sprich, dem Snowboard 1 ist und wie gut er das Gerät beherrscht, muss ich sagen, er kann das. Und, äh, ja, vertrauen einfach darauf, dass es gut geht. Doch, heute geht es gut, dass ich zuschauen kann. Wunderbar. Ja, hoffen wir auch, dass es in Südkorea gut geht. Jetzt habe ich noch eine Frage. Scherben dürftest du vielleicht wieder hierher kommen. Wie sieht es jetzt aus, heute noch den letzten Tag zu Hause, bevor es auf Südkorea geht? Ist da irgendetwas Spezielles? Gibt es da vielleicht noch Kackens und Hörnchen oder irgendwie eine Schweizer Speise? Ehrlich gesagt nicht, weil, ehrlich gesagt, gehe ich heute Abend noch Chinesisch essen. Nein! Nein, ich bin jetzt lange unterwegs, ich bin jetzt eigentlich nie zu Hause gewesen. Und ich esse extrem gerne Chinesisch, also Chicken Sweet Sour. Und, äh, ja, vielleicht habe ich jetzt einfach Lust gekauft, was zu essen. Und, ja, leider keine Schweizer Spezialität, aber ja. Vielleicht eben, wenn es nach Hause geht. Gibt es sonst noch irgendetwas Spezielles, Glücksbringer oder irgendetwas, was ihr gerne nochmals mitnehmen? Ja, ich habe immer einen Schutzengel dabei, den ich auf meinem Arm überkomme. Den habe ich immer dabei. In meiner Hose. Und, äh, bis jetzt hat er eigentlich meistens, er hat mich geschützt vor Verletzungen, vor irgendwelchen Stürzen. Und, äh, ja, das ist eigentlich mein Glücksbringer, den ich immer dabei habe. Und, äh, wie sieht es aus mit, äh, oder hast du den Glücksbringer auch an den Jugend olympischen Spiel dabei gehabt? Und, ähm, 2013, als ja du Olympiasieger bei der Jugend geworden bist, hast du den dort auch schon dabei gehabt? Ja. Den habe ich schon, seit ich eigentlich fiss gefahren bin, seit der jüngsten Stufe immer schon dabei. Also, der ist immer dabei. Und auch aufgrund von den Erfolg, die ich hatte, ist der halt immer noch dabei, ja. Also, ich würde meinen, der bringt dir auch in Südkorea Glück und ganz viel Erfolg, gute Reise. Und, äh, wir freuen uns auf Top-Resultate aus Südkorea. Danke vielmals. Danke schön. Danke schön, Frau Limann.